Gefühl der Politik ausgeliefert zu sein, das hat zugenommen. Genauso wie die soziale Ungleichheit. Das ist Fakt, das muss angegangen werden. Die Gründe dafür sind aber mannigfaltig. Die Lösung komplex. Und die AfD? Warum solltet ihr Interesse daran haben, dass es euch besser geht? Ihr wählt sie doch nur, weil es euch schlecht geht. Wenn ihr die Feinde im eigenen Land seht, in euren Nachbarn, sie wollen, dass ihr denkt, dass euch jederzeit jemand etwas wegnehmen kann. Weil ihr dann bei ihnen bleiben müsst.